So, wir reacten jetzt auf hungrige Gurus. Seid ihr bereit? Ich würde sagen, wir gehen rein in die Masse. Let's go. Auf gar keinen Fall Mitglied werden. Nur abzocken, Digga. Würde ich euch auch empfehlen. Okay. Wer ist er denn wieder? Der hungrige Huge. Was für ein Schwitzer. Scheiße, Platz 11. Dieser Typ nennt mich Schwitzer. So, so verschwitzt du. Bisschen leichter, okay. Oh Gott. Der scheiß Fischreier ist schon wieder da. Aber ich will ihn auch nicht verscheuchen. Two seconds later. Oh, mein Abgang, der Hund. Okay. Alles klar. Hey, vielleicht müsst ihr gar nicht in den Zoo, um Tiere zu sehen. Es scheint, als gäbe es hier auch wilde Tiere. What the fuck? Ich bin in der Zoo jetzt, denke ich. Kannst du das auch schon um 18 Uhr hochladen, weil meine Katze wird um 19 Uhr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was denn? Oh nein. Oh nein. Was ist los mit den Witzen? Du bist der Witz, du Psycho. Ein Mann. Ein Ziel. Das krasseste Foto machen. Geschafft. Kommen Sie freiwillig runter oder müssen wir raufkommen? Alles klar. 10, 9, 8, 6, 7. Extremsport mit Kevin Teller. Denen. Das Workout. Fuckin' easy. Fuckin' easy. Alles klar. Ehre. Oh, oh ne, oder? Wie er ihn Wie er ihn sogar einfach noch umwirft So ein Ehrenmann Das hat er hingetan Ist er doch nicht so 110 oder so Wie macht man das eigentlich Das habe ich mich noch gefragt Ja Wenn ich das Da hätte ich auch alles andere Wie fühlt sich eine Sucht an Eine Sucht fühlt sich an Wie eine Sucht Toilette gehen Häufchen setzen 10 Minuten am Handy chillen 15 Minuten Gameboy spielen Und da brauchst du gar nicht abwischen Weil es schon von alleine getrocknet Das sage ich auch voll zur Übertragung Geld macht nicht glücklich Die Leute die sagen Geld macht nicht glücklich Ich glaube die haben noch nie viel Geld gehabt Ist das einfach so Das ist nicht so eine gute Idee Ich habe bei den anderen Leuten Die hergekommen sind Und gesagt Hey das ist gerade nicht Oha Oha Den Clip habe ich schon gesehen Erzieht das Game noch nicht Also Woher weiß er das Ja Und wachst durch einen brutalen Schlag In die Fresse auf Allein geht gar nicht Der sieht doch ein bisschen aus wie Trimaxe Der sieht doch ein bisschen aus wie Trimaxe Der sieht doch ein bisschen aus wie Trimaxe Ja ich habe das schon mal gemacht Ja Hat er schon mal gemacht Och ne Oha Ja ich schaff's Er schaff's Ja 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 das ist immer Ja 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 Ne komm ne 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 Oha das sind so Dinos True Was wollt ihr die ganze Zeit Ob ich ohne Hand aufstehen kann Könnte ich Mach ich ja aber nicht Warte ich versuch's Was Warum sollte ich auch Hab's geschafft Ich bin nicht schuldig jemandem was zu beweisen Chat bin ich jetzt gut Ich bin 28 Meinst du ich fahr da drauf rein Guck mal wieder da Leute Denen zeig ich's Oh ne Oh ne Nope Ach das Sofa ist immer so tief Ach warte Das Sofa ist immer so scheiße tief Das ist aber nicht actually ein Ordner Warte hab ich ihn gelöscht Ernsthaft Kevin auf der Wii Auf der Wii Zum Glück seht ihr nicht das ganze Bruder Äh Wirig Hey Hey Hallo Oh los Mikro schafft das Einwechseln Komm schon Mikro Oh das Spiel Das ist so Das ist ein gutes Pokémon Spiel Ich will der allerbeste sein Wie sich dann auch noch umdreht Ehre Mann Der beste Stream Sniper jemals Oh mit Enemy Voice Chat OH PUBG Wo ist denn der Digga Einfach Anu Akbar Song Du musst SRG weißt du Hörst du das Digga der muss doch oben auf dem Dach sein Da ist er doch Guck mal hier Ohne Scheiß Ich lieb Stream Sniper Ja Mach mal Musik aus Mach mal Musik aus Gib mir alle deine Klamotten Sofort Sonst gibts ein Headshot Ich hab's ihm gesagt Klamotten aus Wollt er nicht Ist das geil Weiser Mann Okay Ach mein Arsch Alles klar Oh Call of War Okay nicht zu nah Auf ihn Oh mein Gott Wie alt bist du? Wie alt? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Bitte try Das hab ich auch gesehen Er macht Zerreißprobe Ob die echt sind Einfach kaputt gemacht Digga das hat er nicht gemacht oder? Hat er wirklich Hat er wirklich so ein altes Packer Einfach zerrissen? Oh so ne schöne Karte Du spuckst Ja Komm komm Der macht's gut Ja Im Gegensatz zu deinem Friseur Der macht's nicht so gut Oh ne oder? LBK Arbeitst du hier? Nein Oder? Was machst du da mit? Das ist nur eine Frau mit mir Alter Oha Bisher erste Eindruck noch der Normalste Aber kann sich auch ganz schnell ändern Ja Oha Oha Hattest du einen guten Riecher? Ja Nein hattest du nicht Denn in welcher Welt sind Tanzle Männer nicht normal? Nein wo hat er das? Ist doch nicht Papa Ne oder? Es ist Papa Platte Holy shit wo er hat er das? Huchu hu 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 Oh was? Huchu hu 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 Huchu hu hu Einfach zu wild supportet Und boll abonniert ihn Das finde ich auch so geil Einfach Reichhuchu 99,99 pro Monat Und einfach Unge gönn mir Stark Ey geiles Video Bitte mehr davon Outro 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 Outro